Sehr liebe Krone, verzeihen Sie die nicht so tolle Qualität des Videos. Ich habe das jetzt ziemlich spontan mit dem Laptop gemacht. Das ist noch dazu sehr zeitig, aber ich glaube, es geht ja auch nicht um die Qualität. Ich habe mich für die Videobotschaft entschieden, weil ich glaube, dass ich per Text nicht so gut antworten kann. Es geht jetzt also um, ich glaube, wir müssen zwei Sachen trennen. Das erste ist ein Zahnproblem oder eine mögliche Zahnsanierung. Und das zweite sind eventuell mögliche andere Probleme, die ich natürlich jetzt so übers Internet nicht diagnostizieren kann. Wobei ich sagen muss, wenn Ihnen also der Neurologe Antidepressiva verschreibt, wegen dem atypischen Gesichtsschmerz oder wegen einer eventuellen latenten Depression, dass ich davon eigentlich wenig halte. Wieso? Erstens einmal sind die heutigen Antidepressiva alle nicht evidenzbasiert untersucht. Und im Gegenteil, wenn Sie sich das Buch von John Birappen mit dem Titel Nebenwirkung Tod durchlesen, dann wissen Sie also, wie diese Antidepressiva eigentlich gemacht wurden. Einfach nur, das sind Nebenprodukte, die von Managern da vermarktet werden. Außerdem bin ich der Meinung, dass Menschen, die in der heutigen Zeit traurig oder nachdenklich sind oder eine Melancholie haben, dass die eigentlich nicht krank sind, sondern gesund sind, weil wir in einer Zeit leben, die sehr unwirklich ist. Schlagwort Mobbing, Stalking, Schlagwort Add-to-Five-Jobs, Schlagwort, alles dreht sich nur um Geld, um Wachstum und und und. Die Menschlichkeit geht immer mehr verloren. Und da finde ich eigentlich, ist eine adäquate Reaktion, dass man mit Trauer reagiert. So, nun weiß ich aber natürlich nicht, was bei Ihnen wirklich alles dahintersteckt. Ist das ausgelöst worden nur durchs Zahnproblem? Oder gibt es da sonst noch etwas, was den Neurologen dazu bewegt hat, Ihnen dann Antidepressiva zu verschreiben? Ich würde das aus diesem Grund also als zwei getrennte Dinge betrachten. Einerseits das Zahnproblem und eben eventuell ein vorbestehendes sonstiges Problem. Ich bin auch in der Ordination, auch in den Videos meistens sehr, sehr trocken. Das hat damit zu tun, ich versuche den Menschen, die Hilfe suchen, zu einem Arzt kommen, nicht zu verkaufen, dass man mit einer Zahnsanierung alle ihre Probleme wird lösen können. Und auf dieser Schiene baut eine gewisse Sparte im Gesundheitswesen ebenfalls auf. Das heißt, dieses Streicheleinheiten und du ja und wir machen das schon und so. Das ist der falsche Ansatz, weil der richtige Ansatz für diese Trauer, die Sie vielleicht eben verspüren, wäre zu erkennen, dass man alleine ist, immer alleine schon war. Das ist also eine ganz eine tiefe Erkenntnis, die man im Leben bekommen kann. Und das ist aber ein anderes Kapitel. Die Zahnsanierung an sich sollten Sie sich bei einem Arzt machen lassen, der Ihnen standardisierte Verfahren anbietet, der Ihnen alles genau erklärt. Dazu gibt es einige Videos, wie Sie eine Zahnsanierung angehen sollten, dass Sie sich alles schriftlich geben lassen sollten und und und. Dann würde ich das Zahnproblem laut meinen Finanzen, laut meinem Budget lösen, damit ich es endlich vergessen kann, um mich eben viel interessanteren Fragen des Lebens zu widmen. So, ich hoffe, ich habe Ihnen das jetzt so ein bisschen aufgegliedert. Das heißt, das eine wäre also die Zahnsanierung, das andere wären eventuell vorhandene Lebensfragen, die Sie also beschäftigen, die wird man mit Zahnproblemen nicht lösen. So, ich hoffe, das hat Ihnen ein bisschen geholfen, wie Sie jetzt die Zahnsanierung angehen sollen. Da gibt es also viele, viele Infos, da können Sie sich selber informieren und dann so das Zahnproblem hoffentlich bald vergessen. In diesem Sinne, alles Gute!